Jetzt beginnt der Endspurt unserer Petition, denn im September wollen wir unsere gesammelten Unterschriften an Frau Klöckner übergeben, noch vor der Bundestagswahl. Wir stehen jetzt so kurz davor, die 100.000 Unterschriften zu knacken. Wenn wir in dieser letzten Phase noch einmal richtig Gas geben und die Petition fleißig teilen, dann schaffen wir dieses Etappenziel und senden damit ein mehr als deutliches Zeichen an die Politik. Hoffentlich können wir mit unserem Einsatz dann auch einen wichtigen und wirksamen Beitrag dazu leisten, dass das in Deutschland die letzte Fischereisaison war, in der der Einsatz von Stellnetzen in Meeresschutzgebieten noch erlaubt war. Vielen Dank für euren Einsatz bis hierhin und auch weiterhin.